Wo seid ihr denn, Hühner? Hallo, Hühner, 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 Hühner. Renate Hühnerst, wo bist du denn? Renate, 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 Renate Hühnerst, wo bist du denn? Wo bist du denn, wo bist du denn, wo bist du denn, ich suche dich und find dich nicht, Renate, ich hab auch nix mehr zu essen, lalalalalala, Renate, ich such dich, Renate, ich find dich nicht, ich find die Hühner, ich kann so gut singen, ach, einfach herrlich, ähm, jetzt können wir noch nicht mehr rumlaufen, will der mich eigentlich verarschen, hier, der Herr Minecraft, da haben wir Hühner, guck mal, wer sucht, der findet, wer viel sucht, der findet trotzdem nur ein, eins, eins Hühner, okay, dann laufen wir mal hinterher, haben wir hier irgendwo, vielleicht noch eins, nee, doch da, bei dem, bei dem Zombie, der ein Ei in der Hand hat, so, dann nehmen wir doch direkt mal wieder, ach, guck mal, der hat das sogar gedroppt, das ist ja nüs, nüs ist das, nicht süß, sondern nüs, so, kommst du mit, kommst du auch mit, du auch, gut, so, einmal mitkommen bitte, hier hoch dann noch, los jetzt, wir haben nicht alle Zeit der Welt, schneller, 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 apropos Tiere, ich wollte eigentlich gerade eben noch die, ähm, die Dings, fällt mir gerade ein, die Dings, genau, bis dann, ne, die Dings, ähm, nee, ich wollte die, äh, die Creators noch reintun, hab ich aber nicht geguckt, ob die schon für die neue Version verfügbar sind, also für die 152 ist das, glaube ich, gerade, wo wir drauf spielen, und was zur Hölle macht das Schaf da außerhalb, das wird gleich erstmal gebraten, so, kann man euch jetzt auch paaren, ach, wie süß, sehr schön, zack, und da kommt ein Miniküken raus, wie süß, wie süß, so, dann mach ich mal hier gerade, batsch, batsch, so, da ist jetzt leider nichts rausgekommen, aber egal, so, was machst du hier, du wirst jetzt erstmal gebitschleppt, wobei ich warte lieber, bis das ausgewachsen ist, dann kriegt man da mehr Erfahrung, na, gut, ähm, dann wollte ich jetzt nochmal gucken, ähm, wo wir denn mal mit Feldern anfangen können, ich wollte mir erstmal ein Brot machen, genau, und dann überlegen, wo wir mit Feldern anfangen, und was dafür am besten geeignet ist, ob wir dann automatisch Felder direkt machen, oder ob wir, da war doch Fleisch, oder ob wir erstmal normale Felder, sag ich mal, machen, und, äh, dann noch zusätzlich automatische, das ist die Frage, die ich mir hier stelle, beim Abendbrot, während ich dem Sonnenuntergang zugucke, wo auch immer der ist, keine Ahnung, ich finde ihn gerade nicht, da vorne müsste er irgendwo sein, da, naja, auf jeden Fall müssen wir mal schauen, wo wir das hinbauen, so, da gehe ich mal kurz hier oben ins Bett, achso, ich kann nur nachts schlafen, natürlich, klar, wenn jemand die ganze Nacht gearbeitet hat, dann kann der auch nur nachts schlafen und nicht tagsüber, das finde ich sowieso ein bisschen blöd, dass man nicht immer ins Bett gehen kann, sondern dass da ganz rassistisch auf die Leute, die tagsüber wach sind und nachts schlafen, reduziert wird, echt ätzend, sowas, kann ich überhaupt nicht leiden, gut, dann gehen wir mal ins Bett, und stehen, äh, am nächsten Morgen schon wieder auf, so, naja, naja, gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwo Felder machen, dafür brauchen wir gleich etwas Holz, dafür brauchen wir auf jeden Fall nicht eine Steinhacke, sondern eine andere, aber später, äh, das tue ich gleich alles mal in die andere Kiste, die brauchen wir jetzt auch gerade nicht, den Sand brauchen wir jetzt gerade nicht, die brauchen wir auch gerade nicht, wir brauchen jetzt erstmal Erde, so, die können wir jetzt eigentlich gut gebrauchen, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Terraforming, und dann geht das auch schon, zack, na, wo kann ich die denn jetzt noch, Hilfe, so, äh, Quatsch, die hier wollte ich nehmen, so, ähm, na, wo machen wir denn jetzt unsere Felder hin, also ich wäre jetzt eigentlich ganz grob hierfür, dass wir den Wald so weit abholzen und das dann hier zu Feldern machen, aber wie gesagt, in, wenn wir automatische Felder machen, in welche Richtung und so weiter und so fort, und sollen wir automatische Felder machen oder nicht, tralali, tralala, und, äh, da ist mir gerade eingefallen, man könnte ja einfach die Schrägheit hier, dö, voll schräg, man könnte hier die Schrägheit, äh, nutzen und die automatischen Felder quasi andersrum machen, also die, die gehen dann hier runter und dann wird das unten aufgesammelt von Wasser und hier wieder hintransportiert, das können wir machen, das ist kein Problem, wir können das dann auch mit, mit Lohn machen, die das dann befüllen quasi, ähm, und so weiter, also da haben wir echt jetzt mit dem, mit dem, mit dem Update natürlich wieder ganz viele Möglichkeiten und, äh, da würde ich sagen, machen wir das doch einfach, machen wir hier, ähm, holzen wir hier einfach alles weg, bis auf die großen Bäume, die mag ich nicht abholzen, aber die ganzen kleinen Bäume, die können wir jetzt mal alle nochmal wegholzen, dann haben wir wieder richtig viel, ach, wir haben gerade, wir haben uns gerade die Taschen vollgestopft mit, mit Erde, ne, und dann wollen wir erstmal Holz, das ist natürlich auch super, hallo, so, ähm, ich gehe mal kurz wieder Sachen abladen, so, da können wir dann mal kurz den reintun, den brauche ich gerade nicht, den brauche ich gerade nicht, den brauche ich gerade nicht, die Eimer brauche ich gerade nicht und das auch nicht, so, das dürfte genug Holz, äh, platt sein, genug space for wood und dann begeben wir uns nochmal ans fröhliche Abholzen, falls wir nochmal irgendwann einen Wald brauchen, hier ist auf jeden Fall noch genug da, falls wir mal einen lustigen Zauberwald machen oder irgendwie einen Indianerwald Welt oder was auch immer, wir haben ja auf jeden Fall genug Möglichkeiten noch um uns herum, da ist dieses kleine Quadratkilometerchen hier jetzt gerade nicht so die Welt, äh, das geht schon in Ordnung. So, die weißen Bäume fällt natürlich auch ab, fällt sich, äh, fäll ich ab, so, ich hab wieder hier ein bisschen mit der Stimme und so, aber das macht ja nix. So, dann noch den hier, zack, 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 so, dann, das ist ein großer, den lasse ich erstmal, bis wir, bis der uns vielleicht im Weg steht, das ist das Gute übrigens an den, an den weißen Bäumen, an den Birken, die machen keine, äh, die werden nicht groß, sondern die werden nur so, wie sie sind, und, äh, dann wird daraus kein größerer Baum mehr. Sekunde mal. So, und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Minecraft. Es ist mittlerweile schon, ähm, so geschätzte vier Monate, könnte sogar hinhauen her, also ist schon länger her, dass ich, äh, das letzte Mal mich vor dieses Mikrofon gesetzt habe und, äh, eine Aufnahme von irgendwas gestartet habe, das hat aber jetzt auch keine besonderen Gründe. Ich hatte einfach nur, ähm, ja, nicht so den Drang danach und deswegen habe ich einfach mal eine spontane Künstlerpause eingelegt. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme merkt, aber es ist so, es ist 2.10 Uhr, sagt mir meine Windows-Uhr, und, ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir letzte Folge hier aufgehört haben, die ja wahrscheinlich auch schon vor vier Monaten released worden war, oder ich habe vergessen, sie zu releasen. Ich glaube, wir waren hier am Bäume fällen. Ah ja. Ähm, ich bin übrigens hier, man sieht es nicht, denn das ist ja nicht mehr so in Minecraft, dass links steht, welche Version man spielt. Ähm, ich spiele noch mit 1.5, obwohl 1.6 schon lange draußen ist und 1.7 heute angekündigt wurde. Ja, ich bin auf dem aktuellsten Stand, aber ich habe mich entschlossen, noch nicht auf 1.6 und auf 1.7 sowieso noch nicht zu updaten, denn, äh, weil, ja, genau. So, die Musik ist etwas laut, glaube ich, im Verhältnis zur, und so, und die ist sehr rechtslastig. Oh, scht, ich hoffe, das stört jetzt nicht, so allgemein zu sehr. Ist das hier irgendwie vielleicht ein rechts-links-Dingster, Boomster, warte, warte mal gerade. Erweiterungen. Blablabla. Dolby-Digitaleinstellungen. Ah ja. Überblenden. So. Blablabla. Aber kann ich hier nicht rechts-links-Panel machen? Ich kann hier nur leiser machen. Ich mache mal gerade ein Stückchen leiser, so. Ähm. Ich habe auf jeden Fall auch viele Mods installiert. Ich drücke hier die ganze Zeit auf Shift, um schneller zu rennen, weil ich so die letzten Wochen sehr viel Landwirtschaftssimulator gespielt habe, wozu ich vielleicht auch noch ein Video machen werde. So, aber kein Let's Play, sondern ein Let's Show. Ähm. Würde das dann werden, weil ich da ja schon angefangen habe. Und ich glaube, ich auch kein Let's Play davon machen will, so vorerst. Und jetzt schreit hier so eine Frau rein. In meine Gehörmuschelgänge, was auch immer. Ha, 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 ha. Aber ich weiß gar nicht, wofür wir hier Holz gesammelt haben. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Hier haben wir auf jeden Fall ein Schaf, was sich gerade freiwillig, äh, geopfert hat für uns. Also normalerweise ist es ja so, in der Bibel kommt das ja vor, wo die dann irgendwelche Schafe opfern und alles mögliche. Aber in diesem Fall hat sich das Schaf einfach selber geopfert. Das ist einfach voll das Opfer. So, auf jeden Fall habe ich hier übrigens, man, äh, vermag es kaum zu erkennen, habe ich ein, äh, Texturenpaket installiert. Oh, ist die Musik schon wieder laut, ey. So. Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Das ist Nadia. Moment, ist Nadia, wer ist das denn? Ah, Nadia. Hm, Gothic. Hm, ja, ja. Hm, ich weiß Bescheid. Okay. So. Oh, wir hatten hier eine Hintertür, wo es, ach, zu den Hühnchen rausgeht. Okay. Und hier hatten wir eine Truhe mit, mit Dingen. Gut, gut. Hier haben wir ein Bett, was auch sehr schön aussieht. Also, das Texturenpaket ist übrigens ein von mir selbst größtenteils zusammengebautes aus anderen. Also, zum Beispiel sind die ganzen Texturen von Blöcken, sind von so einem Rustic Steampunk Texture Pack, also sowas, was so ein bisschen, ne, erkennt man jetzt vielleicht schon hier so am Stil, dass das so ein bisschen auf alt gemacht ist. Und die meisten Items sind von irgendeinem Photorealistic Pick, was ich jetzt gerade gar nicht weiß, welches das ist. Da ist auch die Schriftart her, die finde ich allerdings nicht so schön, da muss ich noch gucken, ob ich das ändere. Mann. Aber, so im Allgemeinen finde ich das eigentlich ganz, ist es mir eigentlich ganz gut gelungen. Also, die Zusammensetzung jetzt nicht, nicht unbedingt, äh, also die Texturen habe ich ja nicht selber gemacht, aber, äh, so die Zusammensetzung. Also, hier zum Beispiel hatte das Texture Pack dieses Rustic, bla bla bla, hatte da unten keine Points für Leben und Leben lassen und Hunger und Durst und Urinanzeige und Schlafensanzeige und Gelangweiltheitsanzeige und so weiter und so fort. Das habe ich alles noch mit Manuel hinzugefügt. Mit, äh, Photoshops hab ich, äh, mir da mal ein bisschen Mühe gemacht und hab die da einfach reingetan von dem anderen Pack. Und, äh, ja. Das war's auch. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier machen wollten. Ich bin echt überfragt, ich hätte mir das vielleicht vorher angucken sollen. Ähm. Ah, ja, 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 ich bin, ich hatte, ich, äh, ja, 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 irgendwas war mit Feldern. Ich glaube, wir wollten hier Felder hinmachen. Das ist aber irgendwie so, ach, genau, ich wollte machen, dass die so rum, also, dass man quasi hier falschrumme Felder hat, die hier oben anfangen und dann nach da runter schwimmen. Und dann die Items von da unten mit nem Fluss wieder zurücktransportiert werden. Jawoll. Ja. Vielen Dank.